Das ist der Endenlocker, der ist ganz einfach zu handhaben, nur etwas schütteln. Das ist das zufriedene Schnattern, wenn die Enden irgendwo eingefallen sind. Man kann auch zwischendurch mal kurz dran ziehen. Ein Klang, so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle Lockerinstrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche. 80 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche. 60 Jahre blockjag. 68 Jahre Motjagflug. 67 Jahreshop. 62 Jahreuch Phang. 48 Jahre Archgagd. 48 Jahre Ausgleichen.